Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich möchte heute mal wieder was ganz anderes machen. Und zwar, ihr seht es hier. Ein abstraktes Bild, aber inspiriert von meiner Spray-Paint-Technik, was ich früher schon gemacht habe. So in der Art mit Spachtel-Technik habe ich das gemacht. Wenn es euch mal interessiert, was anderes zu schauen, gerne dranbleiben. Und dann werden wir starten. Ich hoffe, euch gefällt es. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.